es ist so gut nur gegen die Abwehr und die Gäste für uns schiedet Barclays Prozent ich glaube wir haben heute spiel die Welt auf der Welt und Frank Buschmann und ich weiß wir haben und Fußball ja perfekt mein Gott Schadenheit Schaaf ist so schön zurückgekämpft ich habe nicht Spiele ist kein Franzose oder auch wo auch immer wieder herkommt Oh! Oh! Ballotelli! Ballotelli! Gut zurückgelegt! Gut zurückgelegt! Das wäre ein klassisches Ballotelli-Tor geworden aber das auch! Scheiße! Aber ich glaube wir die würden auch gern schön schliessen! Oh der kommt perfekt! Der kommt her! Okay! Ja! Oh! Ballotelli! Woah! Ballotelli! Ho, Ballotelli! Barotelli! Ziemlich ist er schnell genug für die Interessanteige! Bänget! hoh, erklären Sie, das ist ja sogar ganz schön knapp, hm. Och, so gut, so gut. Na, wenn ich mich sähe ich auch nochmal vorbeiziehen müssen, eigentlich. Einfach vorbeiziehen. Wir führen Sie vor, aber wirklich auf höchsten Niveau. Oh, was? Ich wollte die Richtung wechseln, der Kick den vor. Ah, nein. Oh, nee. Fuck. Alter, Alter. Direkt, ja. Weg. Direkt, ja. Feiern, bang, bang, zorgt. Hey, schädig, wieder. Hey, schädig, wieder. Also, ich finde, ne. Oh, nö. Die immer diese krassen Vorschüsse, ey. Die sind richtig effektiv in FIFA 15. Das ist uns aber auch schon mal aufgefallen, das hatten wir doch. Ja, das hatten wir schon mal gemacht, randomly. Jetzt läuft hier aber lange nichts mehr, ist lange nichts mehr zusammengelaufen hier. Oh, Skriddle! Du bist ein Bastards, Skriddle! Was ist mit dem? Der ist wirklich schlecht. Dem ist ja auswechselnd. Der ist wirklich grandioskacke. Okay. Der kann keinen Ball annehmen. Der kann keinen Ball annehmen. Beide nicht. Oh. Sehr gut. So. Die erste Halbzeit haben wir gewonnen. Ja. Achso, ich dachte, das wäre vorbei. Nein. Scheiße. Das ist ja weinig. Das schneide ich raus. Gut. Sehr gut. Das ist ja weinig. Ah. Gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, die erste Halbzeit gewonnen. Jetzt haben wir, Alter, ey. Jetzt haben wir gewonnen. Wie sie Händchen halten einfach. Ja. Oh, das ist so ein tolles Paar. Okay. Na, mal sehen, was das wird. Boah, der Balljohr ist natürlich schnell. Glaube ich nicht. Und lächerlich. Der kann richtig gut schießen. Ja. Nicht aufs Grittel. Bloß nicht. Oh nein. Ne? Nein. Das ist nicht so. Du bist ein Vorbild. Wie es sein soll. Ein Vorbild, wie es sein sollte. Komm in die Mitte. Ja, ja, ja. Ja. Der muss sein. Was? Nicht mal das können wir. Jetzt bin ich wieder der andere. Das kann man nicht sagen. Guck mal hin. Ja, schön. Alter, Soldado. Ey, weißt du, wie oft ich den Kurensohn bei FIFA 13 gezogen hab und der einfach mal nichts wert war? Gar nichts. Und jetzt haut der uns da so ein Ding rein? Ja, sicher. Bitte, so ist das. Kein Ding. Oh. Ja. Unerwartet. Ha, sagt das. Schön. Um. Bang it. Was? Macht ihr denn? Da schleicht er den. Da streicht er ihnen ins Tor, oder was? Ah. Ja, cool als Skiller. Kackkotze. Ey, Skrittel. Jetzt nicht Skrittel. Skrittel. Und der andere. Boom. Jetzt. Stürmer. Gern einfach außen lang und dann mach ich irgendwas. Ja, 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 schnach ich's. Ja. Ja, Ecke, oder? Okay, ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Cool, ich mach ihn einfach irgendwo. Perfekt. 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 Skrittel. Du. Heißliches. Oh. Oh, Sterling. Kann sich mal mehr erwachsen? Arschloch. Lauf. Mit dem Sturge. Jetzt. Ja. Und der Ballo. Und der bangt ihn. Oh. Schade. Aber. War ein wunderschöner Spielzug. Passend. Oh. Ja, schnach. Schnach. Oh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. NIE. Oh. Ja. So wollte ich den, Mann. Das war mir so unsicher mit Ballotelli hier und ich dachte mir, nö. Und es war am Ende doch die richtige Entscheidung. Geil. Es war perfekt. Es war einfach perfekt. Was für ein krankes Tor. Achtung, der geht wieder hier lang. Der gelang, lang. Achtung. Ja, es geht um. Und jetzt machen wir noch, jetzt machen wir noch was zu. Ah, schade. Schön. Oh. Nein. Der ausfüllt. Nein. Was? Bitt. Wie? Das ist einfach unmöglich, wie es sich geportet hat. Hier. Was war das? Wie ist das denn passiert? Das möchte ich noch mal sehen, du. Okay. Ja. Alter. Ja. Nein. Ja. 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 Das. Nee. Diese Fairness. Und dann ins kurze Eck. Das ist ein Profi-Torwart. Das ist einfach ein Profi-Torwart. Der kickt geht weg und dann schiebt er den da rein. Nee. Okay. Einfach nicht okay. Jetzt kommt Schlagboch. Pure Unverdientheit. Alter, die letzten zwei Tore, das ist wirklich nicht okay. Das erste Tor von denen war schön, das muss ich zugegeben. Aber die anderen zwei, da hat der scheiß Schwarze, hat sich gemorft. Der hat sich durch unser Abwehr durchgemorft. Man kann niemanden... Ich guck mir das jetzt noch mal an. Ich zeig das jetzt der Welt da draußen, was die für Cheater und Hacker sind. Hier, dieser Adebayor. Was ist das? Was ist das? Man... Man... Hier! Wie? Der spielt ihn... Niemand! Nee. Guckst du dir das gerade an? Das ist von Adebayor? Nee, aber ich hab ihn gesehen. Wie? Mit dem linken Fuß spielt er durch seinen linken Fuß, dreht sich nach rechts und dann ist er durch unsere Abwehr gemorft. Und Skriddle steht natürlich nur rum und dann ballert er den ins kurze Eck. So. Nummer zwei von Ericsson. Hier. So. Wie? 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 Kann das sein, dass er erstmal unseren Innenverteidiger umronst? Ja? Und dann... Dann ist er plötzlich auch einfach durch. Das ist einfach... Wie? Das schubst ihn halt einfach rum und es gibt nichts dafür. Und dann macht er auch noch ein Tor. Boah! Der... Dick... Nee. Und dann... Dann... Hier! Wie unrealistisch! Dieser Torwart! Was ist das mit diesem Torwart? Der hat ihn eigentlich gehabt? Also eigentlich hat er ihn... Gehabt. Oh, was ist das denn? Das ist so scheiße! Das ist doch... Wie? Und dann... Dann geht er genau... Das ist doch einfach... Wie? Wie groß ist dieser Louvran? Der ist doch bestimmt 1,87 Meter mindestens. Und dieser scheiß Ericsson ist ein 1,20 Meter Winzling. Und 30 Kilo schwer. Und der... Nee. Nee, komm. Aber es ist kein Bock mehr. Das ist nicht okay. Diese Wichser. Ich auch nicht. So. Da habt ihr mal gesehen, wie unfair FIFA ist. Tschüss jetzt. Da habt ihr das... Gesehen. Bye.